Helfen Sie mit, eine Coronavirus-Infektion zu vermeiden. Verlassen Sie das Haus nur bei unaufschiebbaren beruflichen Tätigkeiten, bei dringend notwendigen Besorgungen, um Ihren Mitmenschen zu helfen und für Bewegung im Freien, alleine oder mit Mitbewohnern, mit einem Mindestabstand von einem Meter zu allen anderen. Aber achten Sie auf Ihre eigene Gesundheit, wie Hände regelmäßig mit Seife waschen, beim Niesen und oder Husten Mund und Nase bedecken und Kontakt mit Menschen vermeiden, die Grippesymptome zeigen. Sollten bei Ihnen doch Symptome auftreten, wählen Sie die Hotline 1450.